Sirene Williams steht ihrer Freundin Herzogin Megan während der Schwangerschaft bei. Von einer Sache ist sie besonders überrascht. Sirene Williams kann nicht fassen, wie entspannt Herzogin Megan während ihrer Schwangerschaft bleibt. Beim Launch ihrer Klamottenlinie Sirene in Miami wurde Williams gefragt, ob sich ihre langjährige Freundin verändert habe. Immerhin hat Megan 2018 einige große Veränderungen durchgemacht. In der Royalen Traumhochzeit des Jahres ehrlichte sie Prinz Harry. Wurde von der Schauspielerin zu Herzogin und schwanger. Gerade Letzteres sorgt bei vielen Frauen oftmals für Stimmungsschwankungen. Doch nicht so bei Megan, wie Sirene verrät. Zu Netverstimmungsschwankungen. Ich frage sie, wie es ihr geht und sie fragt, nein, wie geht es dir? Und ich, du bist so süß, aber ich frage mich wirklich, wie geht es dir? Apostroph, Sirene Lautpiepel. Ich sage ihr, Megan, hör auf so nett zu sein. Du bist die Schwangere, du solltest all diese Hormone haben, warum bist du so süß? Fragezeichen Apostroph. Aber so war sie schon immer. Williams ist selbst vor einem Jahr zum ersten Mal Mutter geworden und hat einen Rat an die werdende Mutter. Oder besser gesagt, ein Mantra, es wird passieren. Dazu erklärt Williams, dass sie sich vorher nicht vorstellen konnte, wie es sein würde, ein Baby auf die Welt zu bringen. Und eine Mutter zu sein. Aber es passiert einfach. Es ist so verrückt. Ich habe mich komplett verändert. Es ist, als hätte sich ein Schalter umgelegt. Also sage ich ihr, es wird passieren. Euerinnere notch. J WOMAN. S suddenbremien. Be' mich. 180- response.